Okay, den muss ich gleich auch ausrüsten. Wie, ich sprühe dich nochmal? Jetzt kommt Travis! Hä? Warum sind Travis nicht drinnen? Ey, mein Epic! Die wussten nämlich gar nicht, dass ich das selber auch überbesprochen habe. Ja, mittlerweile bist du aber schon älter geworden. Jetzt klingt es nicht mehr so, wie es da vorklang. Ich konnte das ReCard nicht verschwinden. Richtig gut. Ja, 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 ja. Tschüss Lara. Lara hat die Gruppe verlassen. Ja, Hebi. Bam. Alter. Den Move gesehen. Oh, so öffne ich gar nicht die Karte. Warte mal. Oh, da läuft jemand. Kommt weg mit dem. Na! Controller. Ah, 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 du kannst nichts... Ah, 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 ah. Du willst sowas, drückst du mir die besten Headshot-Nose-Ghost? Ja, bei mir auch. Ah. Digga, und Digg... Das ist Controller. Controller, hallo. Ja, aber er spielt gar nicht mit Controller. Hey, du spielst doch auch richtig, ich spiele auch mit Controller. Nein. Gott, willst du wissen, wie du einen coolen schwarzen Super-Hand-Skin kriegst? Der du da als Schnauze hältst. Justus. Lass ihn spielen. Lass ihn spielen. Oh mein Gott. Der war echt. So tot. Ey, wie soll der ab? Diese Sache ist so OP, die er hatte. Oh. Mein Gott ist tot. Ich wollte jetzt sagen, Gordon, ich schnapp mich zurück, aber ich habe Gordon aufgeöffnet gelassen. Niveau, Mann, Niveau. Ah. Gordon, ich habe eine Idee, du nimmst jetzt ein Schreckschwert, gehst ganz hoch in die Luft und ausgupfst wegen den. Wenn du das schaffst, dann weiß ich nicht. Gordon, was uns wieder bewegen wird. Hä? Der kam doch wieder aus dem Boden. Boah, wie schlecht ist, ey, mal wirklich. Boah, so ist nicht schlecht. Und Steve. Mit dem Gewerz sind trotzdem. Oh, hardcore. Hi Kevin. Hey Kevin, hallo. Ich habe gerade die Angestikierung, nennst du damit schicken? Ja, hätte ich. Ich muss aber erst mal essen. Ich habe gestern nur zwei Stunden gefällt. Ich bin voll nicht eingeglafen. Wer zockt ihr denn schönes? Horki Nighty. Horki Nighty. Horki Nighty. Horki Nighty. Ah. Na, Controller. So muss hättest du den getroffen. Hm. Oh mein Gott, Digga. Ja. Ja, wie viele mythische Waffen gibt es mittlerweile? Ich habe keine Ahnung, heute sind es echt viele. Zu viele. Es gibt diese schnellen Schießgewehr, die gibt es bestimmt fünfmal. Diese Pump. Vielleicht sehe ich sie nicht, wie oft es die gibt. Mein Vater hat gerade gesagt, dass wir Pizza bestimmen müssen. Er mir die Pizza, wenn sie da ist, hochbringt. Und dann hat er gesagt, dass er mich... Oh, da ist er. Ich sehe ihn. Der die mir doch nicht hochbringt. Lauf! Snipe mich doch! Komm doch! Trau dich! Zit an nichts! Oh, ja. Ich komme mit seinem Schwert. Das finde ich jetzt nicht so sympathisch. Lass mich doch rebooten, du... Kleiner Knecht! Ippisch! Gordon hat geklatscht. Ich habe vor der Arena mit so einen geilen Klatsch gemacht. Ich habe einfach drei Leute weggesprayed. Hey, ich komme ja nicht mal aus dem Spiel jetzt raus. Ach, du kannst doch mit deinem Konto da rausgehen. Ich kann doch nicht schreiben, nicht? Wieso stellt Gordon sich dauerhaft bei mir auf 83% Lautstärke? Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Mark, hier Minis. Ich habe einen Kill. Ich habe sechs. Wir rein. Noch zwei Trios. Mark, in die Zone. Ja. Machst du in die falsche Richtung. Nein. Alles gut. Ich sehe ein Trio. Ein Kill. Nein. Ich bin allein. Nein. Ich bin dann Falschaden verringert. Es kann welche hoch. Ja, darum bin ich ja weg. Jetzt bin ich weg. Ah. Laren, das war ein Streit. Oh, verdammt. Das war Gernotor. Sie schiebten ganz kurz. Ich hatte es ein Impulsgewehr. Hat er gar keine Stücke. Keine Stücke. Ich habe das Hausれない von. Das war die Bauern. Ich bin einfach unbequem. ich treffe nix ah warte warte nooo wo gehst du denn auch hin ich wollte sie von hinten schleichen hat nicht so krass geklappt nicht so wirklich versuch was wäre ok chill ich hoffe ich wollte mich noch treffen mein armer kopf ja ja ich weiß ich weiß okay danke scheiße lass mich doch abfälsaft trinken boah der war so knapp einer kommt von links ein schwarz aus dem ist da ja da oben schon noch zwei drei hundert sind zwei prozent oder ah dumm ich hab keine heilung ne ich treff nichts das ist so doof ich glaub das das war ein das war ein headshot das ist so dumm ich hab ihn ich hab den genommen ich schieß mal deinen streng weg ja jetzt warte mal er hat ja keine deckung das ist so das ist aber das ist da das ist hundertund das ist das ist ich hab kein deal dann bring hier wenn wir das ist dieser das ist das ist es ist ein schießt den baum an wir werden jetzt hobs ich treffe nichts ich treffe gar nichts ja ich bin zwei kids die runde gemacht warum mit einer hand ach so wenn du nicht willst oder was ich bin jetzt nicht eingestrickt kann ich nichts für aber dass ich da hängel dann bin hier ist einer zwei ich muss mich hier gerade echt barrikadieren wir müssen noch zwei einer zu ruhig Nein, da tanzt du einfach noch. Wie viele sind es nicht mehr, wir könnten das schaffen. Ja. Es sind nicht mal mehr 3 Teams. Dieser Tiger, der regt mich auf, der Tiger. Der Tiger, der Tiger ist da. Der Tiger, der Tiger. Der Tiger ist da. Ich sehe 2. Hier hinten. Bommo. Einer ist cracked und einer ist tot. gut einer noch versuchen kann man ich hab ihn geschießen hinten und so so ehrenlos seid ihr und pickaxe einfach leute ach ihr gewinnt ja ja aber das trägt einen ach ne es sind jetzt zwei bots die fighten aber der ist hier auch der ist ein typ der läuft die ganze zeit noch mit steinzeit truppen rum und wir sind alle schon früh mit ihr alter hab ihn der zweite bischöfe heute schon sehr schön Ossi das gönne ich dir aus und warte mal ja 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 Wahnsinn!